hallo und herzlich willkommen im keller es war einmal ein mann der hatte einen hut so und dieser hut den hat er getragen so irgendwas zwischen 6.000 und 9.000 stunden das klingt jetzt gar nicht so viel ist es aber dafür muss man den hut fünf jahre lang an 300 tagen des jahres irgendwie so was zwischen vier und sechs stunden tragen und ich vermute ungefähr so da in diesem bereich könnte ich mich aufhalten mit der tageleistung die ich jetzt diesen hut auf hatte weil an manchen tagen habe ich halt einfach schlicht und ergreifende 18 stunden auf gehabt an anderen tagen mal nur zwei an manchen tagen auch tatsächlich mal gar nicht deswegen auch nur 300 tage im jahr eben diese zahl dann aber die tage wo ich ihn gar nicht auf hatte das waren nicht viele die waren höchst selten so und damit komme ich dann doch auf reichlich hut stunden jetzt ist es an der zeit zu sagen was aus dem hut geworden ist und wie es mit dem hut weitergeht denn ich kann jetzt eine langzeit meinung eben zu einem tilly t3 hut entsprechend abgeben den gibt es inzwischen auf der homepage von tilly ich habe es gerade nachgeguckt als t3 cotton duck also baumwollente das ist glaube ich derjenige mehr oder weniger derjenige den ich hier jetzt auch auf habe das müsste jedenfalls das gleiche modell sein so und das problem ist damals als ich den hut gekauft habe gab es in dem hut die hatte ja so eine geheimtasche obendrin zeige ich gleich gab es eine gebrauchsanweisung zum hut das hat mich unter anderem vom kauf überzeugt ein hut der mit einer achtseitigen gebrauchsanweisung ausgeliefert wird ist cool außerdem waren da noch so lustige zettelchen drin die man allen leuten geben kann denen der hut gefällt so abreißzettel acht stück wo dann irgendein kleiner lustiger fakt zum hut drauf steht in englisch und wo man den hut beziehen kann das ist leider nicht mehr drin finde ich wirklich schade ich fand das noch mal so einen kleinen zusätzlichen mehrwert scheinbar haben sie es nicht mehr nötig das zu machen das hat natürlich auch kosten verursacht diese marketingmaßnahme und das finde ich sehr sehr schade deswegen ist der hut zwar nicht schlechter aber ich fand das einfach saukool gibt es nicht mehr da kriegt man immer diese break tags diese hut zettelchen zum weitergeben konnte man sich eine zeitlang noch selber ausdrucken inzwischen geht auch das nicht mehr und ich weiß aus zuverlässiger quelle nämlich aus mehreren leuten die mir einen entsprechenden kommentar geschrieben haben dass es auch schon leute gab die versucht haben neue break tags zu bestellen weil ursprünglich stand da dabei wenn wir keine mehr hast schicken uns eine mail wir schicken dir welche das machen sie auch nicht mehr also das ist alles so ein bisschen lebenslange garantie auf den hut gibt es noch das war auch noch so eines dieser kaufkriterien wow die geben da lebenslange garantie dann muss der ja haltbar sein so ja haltbar ist er aber was sie in der achtseitigen gebrauchsanweisung oder sechsseitig ich weiß es nicht mehr jedenfalls an der recht ausführlichen gebrauchsanweisung leider 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 vergessen haben fett und sehr sehr groß reinzuschreiben ist das wash it frequently frequently weil das problem war das hatte ich wohl gelesen ja und ich hatte auch das gefühl dass ich mich daran gehalten habe aber dummerweise ist halt nicht definiert wie oft frequently eigentlich ist so und das wurde zum problem denn was man eigentlich wenn ich frontal vor der kamera hocke und was erzähle so gut wie überhaupt gar nicht sieht der hut hat inzwischen diverse verfärbungen davon getragen durch sagen wir wie es ist es ist zwar nicht sehr appetitlich aber es ist nun mal die wahrheit schweiß weil ich habe das ding ja auch dann auf wenn ich mich bewege auch zum wandern habe ich ihn ja gerne mitgenommen er war zweimal in schottland einmal in schweden einmal auf grönland und bei vielen 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 kleineren touren und da gerade auf den großen touren kommt man nicht wirklich dazu seinen hut zu pflegen man könnte es vielleicht aber irgendwie ganz ehrlich ich habe keinen bock großartig auf so natur noch meinen hut zu waschen ich meine das geht zwei wochen so natur und 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 der muss noch zwei wochen überstehen können ohne dass er zwischendurch gewaschen wird sollte man meinen also das ist ein bisschen ein bisschen was mir zu denken gegeben hat ja also als ich den hut gekauft hatte und nachdem ich ein paar monate im einsatz hatte hatte ich ja mein erstes hut video gedreht das ist durchaus auch eines meiner erfolgreicheren aus irgendwelchen gründen und man hat mich für wahnsinnig erklärt dass ich glaube 24 minuten oder sonst was über einen verdammten hut referiere das hier wird länger vermutlich man muss ja irgendwie sich selbst noch steigern können also damals war ich eben der überzeugung der hut sei deswegen so toll weil er völlig unverwüstlich und unzerstörbar ist und jetzt kann ich bestätigen ja mit einem kleinen aber er ist schon völlig unverwüstlich und völlig unzerstörbar und zeigt null überkomme gar keine abnutzungserscheinungen am material auf im sinne von nahtlose irgendwo was abgeschraubt irgendwo sieht er aus als würde er bald kaputt gehen irgendwas gerissen nichts dergleichen ne also das ist alles noch quasi wie neu überhaupt keine beanstandung feststellbar und ich habe ihn nicht besonders gut behandelt im gegenteil ich bin damit halt eben auch sehr viel rumgelaufen zugegebenermaßen beim rumlaufen läuft man ja nicht auf seinem hut läuft schon mit den füßen und der hut hängt bloß in der luft aber er ist mir auch ganz ganz oft nass geworden ist dann unter suboptimalen bedingungen wieder halb getrocknet wurde dann halb nass nochmal aufgezogen ist dann wieder nass geworden wurde dann wieder suboptimal getrocknet vielleicht hat er mir auch das irgendwie gewissermaßen übel genommen das könnte sein ich meine das ding soll ein outdoor hut sein das ist auch ein outdoor hut aber es gibt mir schon so ein bisschen zu denken und das ist wirklich ein kritikpunkt den man im hinterkopf behalten muss ja unzerstörbar ja unkaputtbar ja aber nicht unhässlich wertbar so denn ja diese verfärbungen durch schweiß die entstehen halt wenn man den nicht frequently genug wäscht und ich vermute mal schwer dass man den eigentlich quasi jedes mal waschen sollte nachdem man ihn komplett durch geschwitzt hat und das ist jeder situation gerade wenn man den im sommer jeden tag auf hat eine mordsarbeit man kann jetzt war relativ flott mal mit handwäsche durch waschen aber das geht auch zehn minuten und ich habe keinen bock jeden tag zehn minuten damit zu verbringen meinen hut zu waschen wenn ich ihn im sommer auch jeden tag durchschwitze vielleicht kann man es auch alle drei vier tage machen okay aber selbst das war mir ehrlich gesagt noch zu viel aufwand in der zeit wo ich wirklich dauernd auf hatte und auch dauernd geschwitzt habe habe ich jedenfalls alle zwei drei wochen ungefähr mal durchgewaschen und das war offensichtlich zu wenig insbesondere jetzt grönland hat ihm sozusagen den rest gegeben jetzt sind die entsprechenden verfärbungen doch ziemlich deutlich davor dachte ich noch ach ja das ist ja nicht so dramatisch aber jetzt doch langsam deutlich deutlich es ist auch ein problem dass in dem ding so eine so eine so eine schaumstoffplatte drin ist damit der hut a besser sitzt b schwimmt wenn er ins wasser fällt und c schützt die auch noch tatsächlich verschlägen die du auf dem kopf bekommst während du den hut auf hast erstaunlich gut sogar also so kleinere dinge die einem auf den kopf fallen tun eigentlich nicht weh ohne hut würden sie wahrscheinlich dann doch schon wehtun und etwas das wehtut das massiv wehtut tut mit hut deutlich weniger weh also der hilft da schon eine ganze ecke ich erinnere mich daran dass ich mal eis laufen war lang lang ist her und ich habe mich auch nicht toll angestellt aber es gab die wesentliche information man muss doch bitte eine mütze aufziehen dass wenn es einen auf den kopf haut man zumindest nicht gleich eine blutende wunde hat platzwunde und so weiter da würde eine mütze schon enorm helfen und so ein bisschen ist es glaube ich auch mit dem hut das bisschen dämpfung was der bringt verhindert halt dann schon größeres schlimmeres also bei massiven kopfverletzungen wird der hut dann wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel helfen nüchtern betrachtet praktisch bin ich der überzeugung dass der gegen so ziemlich alles hilft aber nüchtern betrachtet dann wohl nicht mehr ja hut hat sich herausgestellt besitzt die folgenden funktionen das zeige euch gleich noch die details von dem ding und wie er jetzt eben entsprechend aussieht aber die folgenden funktionen waren für mich immer ganz hilfreich beziehungsweise die liste ist lang so zunächst mal es ist ein hut man kann ihn auf den kopf ziehen dann hat man was drauf das hat den vorteil dass keiner sieht inwiefern die natürliche kopfbedeckung nachlässt so das ist schon mal gut dann hat es den vorteil dass es im winter etwas wärmt ich würde nicht sagen das ist ein thermohut aber gerade bei menschen bei denen die natürliche kopfbedeckung nachlässt ist es schon ein unterschied ob man so einen hut auf dem kopf hat oder gar nichts und zwar ein gravierender unterschied das merkt man schon relativ schnell wobei ich sagen muss wenn es ganz ganz kalt wird habe ich schon auch gerne eine mütze nicht nur wegen den ohren weil die halt vom hut nicht bedeckt werden sondern auch generell einfach weil eine mütze noch mal wärmer ist das ding ist ja nicht zur isolation gedacht so wenn es regnet hat man den großen vorteil dass einem der kopf erstmal nicht nass wird und vor allen dingen regnet es einem auch kaum ins gesicht wegen der doch vergleichsweise breiten krempe von dem ding das finde ich sehr 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 angenehm und das gibt einfach ein gutes gefühl bei regen er hat jetzt ohne dass ich ihn jemals nachimprägniert habe der wird imprägniert ausgeliefert glaube ich hält der so ungefähr eine halbe stunde ordentlich regen aus wenn so richtig krasser regen ist dann vielleicht nur 15 minuten und wenn so richtig richtig fieseliger kleiner fieser niesel regen ist der gerade noch so regen klamotten rechtfertigt aber eigentlich auch schon nicht so richtig so einer da hält er vielleicht zwei drei stünde würde ich ungefähr sagen bis er dann wirklich endgültig durch ist wenn man ihn noch imprägniert mit stück normalen textil imprägnierungsmittel da kann man so ziemlich alles nehmen was es da gibt wachs würde ich nicht unbedingt nehmen weil dann geht die atmungsaktivität völlig verloren dann schwitzt man unter dem ding relativ gut aber solange man da normales imprägniermittel drauf macht könnte ich mir vorstellen dass er dann noch deutlich länger den regen aushält das kann ich aber nicht beurteilen weil ich das nie nachimprägniert habe hatte ich nie das bedürfnis die baumwolle an sich wenn sie nass wird quillt sie ein bisschen auf und ist dadurch schon recht gut wasserdicht irgendwann wird sie halt von allen seiten nass und quillt irgendwann komplett durch und dann ist der ganze hut halt auch durch aber er funktioniert im nassen zustand a als kühlung das ist im sommer wenn es im sommer ordentlich schifft gar nicht mal unangenehm muss ich sagen da habe ich schon durchaus auch positive erfahrungen mit dieser funktion gemacht zweitens hilft da immer noch dagegen dass einem das wetter ins gesicht tropft das ist auch gerade bei starken schneewehen oder ähnlichem ganz hilfreich die hatte ich mal auf dem westhallenway in schottland erlebt so richtig krasse schneeverwehungen ordentlich sturm dann ist der hut auch sehr hilfreich weil er dann einfach verhindert dass man das dauernd in die augen kriegt ohne dass man jetzt eine schneebrille auf oder sonst wie muss man halt so ein bisschen unter dem rand hervorschielen aber gehen tut das dann auch so gegen sonne hilft das selbstverständlich auch und verhindert einen sonnenbrand am kopf auch einen sonnenbrand im nacken ich habe mich regelmäßig nicht irgendwo im kopf halsbereich eingeschmiert und hatte seit ich den hut auf hatte nie da auch irgendwie in irgendeiner form sonnenbrand also hut hilft zumindest bei mir da hundertprozentig wenn man den immer normal auf hat und da hinten schön ein bisschen abstehend also durch die doch vergleichsweise breite krempe ist man kopftechnisch eigentlich immer im schatten also da habe ich nie situationen erlebt wo das nicht gereicht hätte so das war die sache mit dem schatten dann eine funktion die man nicht in der gebrauchsanweisung des hutes nachlesen konnte und die ich deshalb damals glaube ich auch nicht erwähnt hatte die mir aber nach und nach hin und wieder durchaus sehr 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 gelegen gekommen ist ist die funktion ich sehe dich nicht so und jetzt kann man an irgendjemandem vorbeilaufen den man wohl gesehen hat mit dem man aber keine lust hat zu sprechen und kann dann so tun als würde man diesen jenen jenigen einfach nicht sehen weil man gerade vor sich auf die straße guckt und muss nicht hallo sagen und muss sich nicht in ein gespräch verwickeln lassen sofern man nicht direkt angequatscht wird ja also die tarnkappen funktion hat grenzen ist aber für mich mitunter wirklich sehr praktisch gewesen also derzeit bin ich selten wo unterwegs wo leute unterwegs sind die ich nicht sehen möchte aber ist das ist wirklich eine funktion die ein paar mal super super praktisch gewesen ist ja einfach mal wo rumläuft wo man feinde nicht wirklich aber leute hat die man mit dem man jetzt nicht großartig kommunizieren möchte ja und die man am liebsten gar nicht sehen will dann könnte das jemand sein den ich nicht mag tarnkappen modus aktiviert und weiter laufen so ja außerdem hut ist ja autofahrer mit hut aber beim autofahren extrem praktisch gerade wenn man so ungefähr meine körpergröße und mein opel hat dann stellt man nämlich folgendes fest wenn du die olle gegenlichtblende runter klappt also dieses ding zum runterklappen halt keine ahnung wie diese dinge eigentlich genau heißen dann muss ich so fahren damit ich drunter durch gucken kann weil das ding genau auf meiner augenhöhe ist weil ich so hoch bin dass ich halt dann dann sehe ich nichts alternativ wenn die sonne schon etwas weiter oben steht dann nehme ich einfach quasi mein autodach in dem ich auch schon relativ weit drin hänge als gegenlichtblende und dann kann ich die wieder nicht brauchen weil soweit ich die runter mache sehe ich gar nichts und alternativ so autofahren macht auch keinen spaß aber mit dem hut das gilt auch im outdoor einsatz nicht nur beim autofahren hat man immer die option sich die krempe so zurecht zu rücken dass man grundsätzlich die augen immer im schatten hat also man kann wunderbar irgendwo im gegenlicht hocken und die sonne kann einem noch so entgegen scheinen völlig wurst man kann den hut immer in die richtige position ziehen damit man immer schön schatten auf den augen hat das reduziert auch die notwendigkeit einer sonnenbrille auf brauche ich eigentlich nie ganz ganz selten bei schnee bei schnee dann schon weil der das ja von unten dann hoch wirft das licht reflektiert und das ist eigentlich die sonnenbrille trage ich nur im winter wenn überhaupt dann nur im winter eben auch wieder durch den hut man ist halt ständig in seinem eigenen kleinen schatten so muss ich kurz überlegen wenn man wie ich eher empfindlich auf heiße temperaturen reagiert dann ist so gut auch toll zwar wird unter dem hut tendenziell wärmer als wenn man keinen auf hat insbesondere wenn zum beispiel fahrrad fährt der fahrtwind um den rest der natürlichen kopfbedeckung wehen zu lassen ist gefühlt erstmal kühlender als hut auf haben aber erstens erzeugt sonne unschöne effekte auf dem rest der kerl der kerklichen natürlichen kopfbedeckung und zweitens den hut kann man immer wann immer man an einem sehr heißen tag unterwegs ist sobald man an irgendeinem wässerchen vorbeikommt wasserhahn tümpel stadtbrunnen dorfbrunnen gut tümpel ist geschmackssache hat mich jetzt bisher auch nicht immer ganz aufgehalten wenn das einigermaßen sauberes wasser ist und dann kann man seinen hut wässern so und dann hat man zwei optionen entweder man wässert einfach schnell den hut gibt wasser aus setzt tut wieder auf dann läuft man diverse tropfen durch gesicht und man sieht ein bisschen komisch aus aber es geht noch oder wenn es ganz ganz heiß ist dann kann man auch die ultimative abkühlungstechnik machen und füllt den hut so weit er sich füllen lässt weil der hat hier oben ja so löcher da läuft wasser relativ schnell raus das heißt man kriegt höchstens so einen zentimeter wasserstand rein und setzt sich den dann mit dem zentimeter wasserstand entsprechend auf den kopf dann sieht man aus wie der begossene pudel aber es ist einem nicht mehr warm empfehlenswert nur für menschen die relativ immun sind gegen erkältungskrankheiten wenn sie sich schlagartig im hochsommer dann irgendwie durch wasser abkühlen soll auch leute gegeben haben die das ähnliches mal ausprobiert haben und dann ganz schlimm krank geworden sind deswegen möchte ich da kurz darauf hinweisen dass das nicht immer zwingend eine gute idee ist insbesondere wenn man dann weiter mit dem fahrrad fährt und weiter im wind hängt und solche sachen ja aber das kühlt unglaublich und nichts kühlt so gut wie ein kühler kopf waren immer alles wenn alles andere noch heiß ist und man hat einen super super runter gekühlten top kopf dann ist das immer noch meiner Meinung nach fast jede temperatur erträglich also sportliche aktivitäten halbwegs sportlich bei 40 grad oder was solange der hut immer nass bleibt kein problem und da ist natürlich auch wieder gut dass ein baumwollhut ist weil der speichert die feuchtigkeit auch eine weile lang im übrigen möchte ich sagen ich glaube nicht dass irgendein lederhut lederhüte sind auch cool cool sind die kein zweifel irgendein lederhut so lange gehalten hätte wie mein hut weil ein lederhut kann man nicht waschen und das bedeutet irgendwann stinkt der buchstäblich zum himmel meiner sagen wir mal so wenn man anfängt zu müffeln dann weiß man jetzt hat er mal wieder eine wäsche nötig wenn man ihn danach aber wäscht müffelt er nicht mehr auch wenn er jetzt unschöne verfärbungen gekriegt hat stinken tut er immer noch nicht also jedenfalls nicht sofern man ihn dann wieder regelmäßig wäscht ja also das ist eine funktion die geht ihm nicht ab dass man ihm bei nicht mehr gut riechend einfach waschen kann und je nachdem mit wem und mit was man den wäscht und duftet er sogar sehr frisch zum beispiel reich in der tube nehme ich ganz gerne so ein uralt handwaschmittel und damit riecht er eigentlich dann immer sehr angenehm das habe ich dann immer gerne wenn man ihn nach so einer wäsche dann wieder aufzieht teilweise noch leicht feucht weil ich meistens ihn kurz zwischen tür und angel wasche und dann muss ich wieder los und dann muss ich natürlich den hut aufziehen und dementsprechend trage ich ihn oft trocken es ist eher selten dass er mal wirklich an der luft trocknet und dann trocken wieder aufgesetzt wird zum thema waschen vielleicht kurz bevor ich das dann nachher vergesse es eignet sich grundsätzlich und ich habe jetzt alles mögliche durchprobiert jede form von einfacher seife um den hut sauber zu kriegen man kann ihn schamponieren beim duschen statt den kopf einfach den hut dann ist er etwas sauberer das geht natürlich so die schnellste möglichkeit im alltag ehrlich gesagt kann man das zwar mal machen das ist ganz lustig einmal aber irgendwann wird es dann nervig aber theoretisch ist das auch eine möglichkeit den hut halbwegs sauber zu kriegen muss man natürlich innen auch noch machen aber ja man kann die mit shampoo sauber machen man kann ihn mit duschgel sauber machen auch schon gemacht man kann ihn mit kernseife das funktioniert sogar ganz hervorragend das würde ich fast empfehlen wollen oder eben mit drei in der tube oder mit selbstgemachte outdoor seife aus kastanien also rostkastanien nicht esskastanien das geht sicherlich alles also jede milde seife ist potenziell geeignet den hut sauber zu kriegen ich meine der ist aus baumwolle das ist eine naturfaser das heißt eine einfache seife nimmt da das was da an dreck drin ist nämlich im grunde auch nur schweiß und körpereigene öle nennen wir es beim namen es ist halt nun mal so offen ein bisschen unabhängig ist aber wer über so gut nachdenken muss sich darüber hat auch gedanken machen das nimmt die alle relativ das nimmt diese natürliche seife alles relativ gut raus also das muss wirklich nichts super super tolles sein wenn man dann möchte dass der hut nach irgendwas fancy mäßigem riecht dann nimmt man halt eine parfümierte seife und gutes theoretisch ist er auch maschinen waschbar das so kann ich aber nichts sagen habe ich nicht ein einziges mal ausprobiert aber das war mir immer zu das problem ist wenn man ihn in der maschine wäscht dann soll man ihn allein in die maschine schmeißen das halte ich für großartige energieverschwendung so ami continent like das ding stammt ja aus kanada und nicht aus dem richt dem richtigen amerika wie der us amerikaner so schön sagt aber auch da scheint man sich darüber keine gedanken zu machen oder die wollten einfach die option angeben weil sie halt verfügbar ist und überlassen es den leuten selber ob sie das dann tatsächlich tun oder nicht aber ich würde doch eher davon abraten wollen so ja und noch mal zum waschen in irgendeiner schüssel in einem waschbecken überhaupt kein problem der passt in jedes noch so kleine waschbecken so halbwegs rein dann gibt es halt ein kleines bisschen überschwemmung je nachdem wo man ist sollte man sich also ein bisschen zurückhalten mit dem mit der überschwemmung die man erzeugt und dann geht das eigentlich ganz gut da muss auch nichts dabei haben man kann im grunde in der mittagspause auf irgendeiner restaurant toilette problemlos den hut waschen man muss ihn dann halt nur nass aufziehen und tropft dann beim weiteren verlauf des essen alles voll oder beim weg nach draußen also deshalb ist das nicht wirklich eine option aber theoretisch theoretisch ginge das und sowas muss man vielleicht auch glaube ich mehr als ich es betrieben habe wirklich in erwägung ziehen auch wenn man eine längere tour macht dass man dann sowas tatsächlich mal durchzieht und das einem halt egal ist das heißt man geht halt den hut waschen kurz bevor man geht man hat schon gezahlt geht noch mal auf die toilette wäscht den hut und haut ab ja also das geht schon ja ich hätte das mehr machen sollen ja ich denke das sind so so verhaltensweisen die als hut dauerhaft hut träger permanent hut träger permanent immer den gleichen hut vor allen dingen auch durchaus notwendig sind ja übrigens das ding schweineteuer und kostet um die 80 euro 90 80 90 sowas um den dreh nur damit wir wissen wovon wir da so grob ungefähr sprechen aber ja nach aller missnutzung des hutes oh man kann ihn übrigens auch noch muss die funktionsliste noch zu ende führen stimmt man kann ihn auch einfach umdrehen und sich draufsetzen wenn einem ein sitzkissen fehlt das habe ich jetzt zwei mal gemacht habe es danach immer gedacht doch mein armer hut es hat auch eine emotionale beziehung die uns beide verbindet hut und nicht und deswegen ist eine funktion die ich nicht wirklich nutze aber funktionieren tut das auch und geht ganz gut und es muss schon sehr feucht sein wo man sich hinsetzen möchte damit der hut gleich durchweicht dass man dann auch noch nassen hintern kriegt normalerweise reicht der hut aus um die feuchtigkeit dann an der jeweiligen unter oder oberseite nachdem wie rum man sich drauf hocken möchte des hutes zu halten so was war denn noch man kann mit dem hut frisbee spielen da ich frisbee nicht gerne spiele ist das für mich auch selten eine option gewesen aber ich habe es mal getestet und es geht relativ gut wenn man dann frisbee spielen kann also für leute die gerne zwischendurch spontan mal eine runde frisbee spielen wollen so ein hut durchaus eine option dann kann man sich ein lustiges paracord hutband dazu knüpfen wie es auch inzwischen kann ich bestätigen jede menge leute haben ich habe glaube ich habe dann trend losgetreten und ja 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 das kann man auf jeden fall tun dazu kommen wir dann auch gleich noch muss noch mal schnell überlegen ob man noch wesentliche hut funktion einfallen generell muss man sagen der hut ist nahezu unbrennbar also er hat auch schon funken abbekommen reichlich hat ihm nicht der geringsten irgendwelche spuren hinterlassen also da passiert so schnell nichts da muss man sich schon große mühe geben wenn man ihn wirklich ansenken möchte er ist schwimmfähig dadurch dass er a oder hinten ist man gewisses luftpolster drin hat und so ein hut grundsätzlich nicht sonderlich schnell untergeht b ist baumwolle grundsätzlich etwas das auf dem wasser oben treibt und c selbst wenn sie dann voll wasser gesogen ist ist dann halt noch dieses lustige polsterchen drin dieses schaumstoff dingens das verhindern soll dass der hut dann untergeht allerdings weisen sie in der gebrauchsanweisung auch darauf hin wenn eine welle kommt und den hut versenkt dann könnte er schon mal eine zeit lang weg sein möglicherweise treibt er dann irgendwann mal wieder nach oben und taucht irgendwann wieder auf aber es wird dann schon schwierig ihn wiederzufinden ja unbrennbar hatten wir gesagt schwimmfähig hatten wir auch gesagt uv stabil achso uv schutzfaktor ist irgendwie 50 plus also egal wie sehr die sonne gebrutzelt hat ich hatte darunter noch nie was also mehr uv schutz geht irgendwie gefühlt nicht kann ich mir nicht vorstellen dass das irgendwie irgendeine sonne möglich ist die da durchkommt das ist bisher also man kriegt ja kein größeres zertifikat dass dieses 50 50 plus mehr geht nicht kannst du nicht nicht zertifizieren lassen aber ich vermute mal da kommt einfach gar nichts durch das heißt man wird aber auch nullkomman gar nicht braun im gesicht und im nacken solange man diesen hut auf hat ja mir persönlich ist das sehr recht andere leute mögen da vielleicht ein problem mit haben der hut wiegt glaube ich irgendwas so um die 200 gramm ohne schnick schnack wenn man noch schnick schnack drauf baut dann hat man halt eben entsprechend ein paar mehr gramm wobei ich sagen muss dass es mich nie gestört hat auch wenn ich viel zeug am und im hut verbaut hatte dass der dann ein bisschen was gewogen hat denn die idee ist beim kauf dieses hut ist dass man ihn ein klein wenig größer kauft damit locker auf dem kopf sitzt dieser hier den habe ich jetzt habe ich jetzt relativ eng gekauft ich fand das damals einfach bequemer ich muss sagen aus aktuellem anlass kann ich bestätigen ein bisschen lockerer sitzt hat schon vorteile das ist schon noch mal noch mal ein bisschen angenehmer wenn er einem zu eng wird man kann den stretchen indem man entweder diesen hier macht einfach mal vorne an der krempe ziehen einfach mal hinten an der krempe ziehen das geht natürlich auch seitlich und schwuppdiwupp hat man dann wieder mehr platz weil das das baum wolle ist die nimmt eben die feuchtigkeit beim tragen des suchtes auf und zieht sich damit dann auch so leicht zusammen das heißt man kann in jeder zeit also deutlich das ist wirklich massiver unterschied wieder etwas breiter ziehen und hat dann wieder deutlich mehr platz und auch deutlich mehr luft und am hut damit einem weniger warm wird wenn man zu eben irgendwelchen klimasituation unterwegs ist wo es halt dann auch recht warm ist aber generell macht schon sinn ihn ein bisschen lockerer zu kaufen weil gerade wenn man vor hat ihm mit special effects zu versehen dann wiegt er schon so viel dass er allein durch sein eigengewicht gut auf dem kopf sitzt und ein einklemmen um den kopf also ein wirklich festgeklemmt sitzen ist nicht mehr notwendig man verliert den hut auch sonst nicht sonderlich schnell es sei denn es kommt massiv wind auf und dafür haben diese hüte ja innen drin immer noch so eine kordel das zeige ich euch auch gleich mit der sie nicht weg fliegen können die muss man halt aber auch benutzen das ist wichtig dass man das dann auch tut und sich nicht zu fein ist eine kordel unterm kinn sieht blöd aus man gewöhnt sich da auch dran ich hatte zum beispiel in gründen durchgehend die kordel unten hier in deutschland habe ich benutze ich sie sehr sehr selten muss ich sagen weil im wald geht der wind auch oft nicht so stark und gerade weil der hut etwas zu eng ist für die verhältnisse dieses hutes sitzt er eigentlich meistens relativ bombenfest da muss schon wirklich ordentlich wind aufkommen aber mit kordel kann man ihn dann völlig unmöglich verlieren das ist auch wichtig beim fahrrad fahren wenn man also denkt man nimmt schnell das fahrrad vergisst man hat den hut auf fährt los stellt fest oh scheiße muss ja noch kordel fest machen das ist eigentlich bei mir standard ich fahre mit dem fahrrad los fahre fünf meter bremse stelle fest muss nur hut fest machen mach hut fest fahre weiter und dann ist auch okay aber man vergisst diese kordel unterm kinn auch relativ schnell wieder so ja wäsche hatten mal gesagt und zerstörbarkeit hatte ich auch erwähnt also null null material schäden wirklich gar nichts nur die sache mit der farbe nur das einzig das ist der schwerpunkt bzw der schwachpunkt den diese hüte haben und deswegen sollte man sie wohl wirklich frequently waschen und von meinem inneren auge fliegt jetzt schon seit wochen eine miniaturausgabe von alex tilly vorbei der typ der diese hüte erfunden hat dem auch die firma glaube ich immer noch gehört ich denke der lebt noch das sind ja tilly hats ne der schwebt auf so einer kleinen imaginären wolke direkt so unter der hut krempe schwebt er vorbei und sagt wash it frequently ja und das stört mich inzwischen so jetzt kommen wir zu dem punkt wo ich euch mal zeige wie der hut aktuell ausschaut also im detail wer das nicht sehen möchte weil es ist nicht super super appetitlich der muss halt an dieser stelle entweder das überspringen durch fröhliches vorwärts klicken oder sich einen kaffee machen gehen oder ganz laut so machen lalalala so also das ist jetzt mal gut von unten die haben inzwischen nicht mehr so ein fettes schild drin also ich weiß nicht ob der t3 inzwischen auch noch immer noch so ein fettes schild hat gerüchten zufolge nicht gerüchten zufolge ist jetzt ein kleineres etikett das ist vielleicht gar nicht so schlimm dass man hier nicht einen riesen text hat den man da lesen kann auf englisch und französisch englisch allein hätte glaube ich gereicht aber gut das sind halt die beiden nationalsprachen bei den kanadiern hier unten hat man inzwischen glaube ich auch nicht mehr moment hat man auch nicht mehr das namensschildchen wo man eintragen kann wem der hut gehört und dass man enorme finderlöhne bezahlen möchte wenn man angerufen wird oder eine e mail kriegt und jemand einem sagt man hat seinen hut gefunden das fehlt leider auch nichtsdestotrotz kann man sich ja trotzdem sowas in die hut tasche rein machen das ist dieses ding hier da hast du nach vorne und nach hinten auf der kompletten breite des hut deckels der komplette deckel ist quasi untertascht und da kann man sich dann zeug rein machen dazu kommen wir dann gleich noch das habe ich auch intensiv betrieben inzwischen habe ich nichts mehr drin aber die option ist auf jeden fall gegeben so dann hat er hier drin eben eine kordel ursprünglich ist das eine kordel in hutfarbe die entsprechend mitgeliefert wird und aussieht wie ein schnürsenkel zeige ich euch auch dann gleich noch ich habe sie jetzt mal irgendwann mal durch einen tatsächlich normalen schnürsenkel ersetzt weil ich die hutkordel mal verloren gegangen ist sie ist inzwischen wieder aufgetaucht aber ich habe jetzt immer noch diesen schnürsenkel drin das ist auch okay ja damit kann man auch arbeiten überhaupt kein problem so dann kommen wir zum thema verfärbung hier vorne also das ist vorne hier habe ich also normalerweise meine stirn und nach und nach hat sich halt jetzt wirklich hier so ein rand gebildet das an sich wäre jetzt noch nicht so dramatisch weil den sieht keiner die meisten leute gucken mir nicht von unten unter den hut außerdem liegt das dann immer derart im schatten er ist jetzt auch nicht frisch gewaschen wenn man ihn noch mal ein bisschen wäscht dann wird das etwas weniger dunkel dieser rand insbesondere hier ist er ja erstaunlich gut zu sehen frisch gewaschen ist er dann nicht mehr ganz so deutlich aber er ist noch da es ist eine verfärbung im gewebe die kriege ich nicht mehr raus da kann ich so viel waschen wie ich möchte auch hier unten kann man es relativ gut sehen da ist jetzt halt hinterkopfbereich schweiß im nacken und so weiter das eigentliche schweißband ist gar nicht so sehr das problem dass sich das natürlich auch verfärbt wie man hier sehen kann wie man auch da sehen kann das ist gar nicht so dramatisch und da ist die verfärbung auch weniger deutlich weil ich beim schweißband gerade eben bei dem vorderen schweißband immer dran gedacht habe entschuldigung das ist hinten das ist hinten das hier ist vorne das ist immer nicht so einfach die frage ist wo ist vorne löst sich so dass man wenn man in den hut reinguckt und man kann den text lesen dann ist man im begriff den hut richtig rum aufzuziehen ja das ist so die regel wo vorne ist naja aber nichts desto trotz das schweißband an sich ja hier sieht man es jetzt auch deutlich hat auch schon einiges abbekommen aber gemessen an der verfärbung des sonstigen huts ist es gar nicht so viel schlimmer auch das wird deutlich sauberer wenn der hut jetzt eben entsprechend frisch gewaschen wäre aber ich habe ihn halt wirklich zu wenig zu wenig gewaschen so was mich aber besonders stört ist hier das diese schablone die ich hier oben drauf habe wo der hut sich noch entweder gar nicht verfärbt hat oder durch uv strahlung mehr verfärbt hat als woanders ich vermute aber da ja eigentlich uv strahlung nichts ausmacht wenn man auch am rand von der krempe sieht der hat ungefähr die gleiche farbe krempenrand und deckel ne auch nicht also muss deckel an sich einfach durch die uv strahlung wahrscheinlich auch ein bisschen ausgebleicht sein möglicherweise anders kann ich mir das jetzt nicht so ganz erklären weil an dieser stelle kommt ja kaum schweiß hin hier am rand hingegen schon und deswegen erkläre ich mir halt so dieses 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 seltsame farb design man muss ja sagen in der mitte kommt am wenigsten schweiß durch weil a selbst ich habe teilweise da noch reste von natürlicher kopf bedeckung und b ist drin ja immer noch das nehmen was mal raus dieses schaumstövli da da und das verhindert ja eigentlich dass wenn man das direkt auf dem kopf hat die feuchtigkeit allzu sehr zum hut deckel eben entsprechend gelangen kann so und dann noch so eine sache die bei verwendung auf hoher see vielleicht ganz cool ist dann kann dieses messing hier oxidieren und kriegt dann so eine lustige patina die eigentlich ganz cool aussieht wenn man das dann mag das dumme ist nur in kombination mit schweiß kriegt das messing keine patina sondern wir kriegen hier so einen grünen oxidschicht um die jeweiligen knöpfe und ringe und öffnungen und so weiter und so fort drum rum das ist hier oben bei dem großen gar nicht so sehr das problem weil die ja nicht so sehr in dem sehr schweißigen bereich sind die kleinen hier unten hingegen die sind eben sehr wohl im schweißigen bereich sage ich jetzt mal und man kann das wieder weg kratzen man kann das noch mal weg kratzen und man kann es noch mal weg kratzen es wird dann auch weniger und vielleicht ist irgendwann die oxidierbare schicht auch weg oxidiert aber das wird wahrscheinlich noch eine weile dauern ja das ist also auch noch mal so was was mich so ein bisschen jetzt langfristig an dem hut stört und selbst wenn ich ihn frequently waschen würde das würde an dieser kleinen oxidierung schicht da nichts ändern also das ist sicherlich ein ein frage des materials dass man halt unbedingt messing für diese metallteile hat nehmen müssen so theoretisch lässt sich übrigens der die krempe das ist eine funktion die ich auch fast nie nutze nur bei ganz starken wind ist das ganz lustig an der küste zum beispiel habe ich das schon ein paar mal verwendet oder wenn ich mal auf dem schiff gewesen bin auf dem boot kann man das hier noch so hochklappen dann hat man einfach generell geringeren windwiderstand dann zerrt es einem nicht so sehr den hut vom kopf fliegen tut er trotzdem nicht wenn man ihn ja festgemacht hat mit der strippe aber es zerrt einfach wenig und das ganz angenehm ja also jetzt so der aktuelle stand des hutes insbesondere diese verwerbung stört mich inzwischen sehr weil man sieht sie auch seitlich so ein bisschen da ist auch wieder so ein rand dran das sieht man jetzt halt langsam ich dachte ich bin nicht eitel und es ist mir egal wie mein hut ausschaut aber ganz ehrlich ich trage den ja nicht nur wegen seinen vielfältigen tollen super spezialfunktion sondern auch so ein bisschen wegen der optik und nein es ist mir nicht völlig egal wie mein hut ausschaut ich mag den jetzt deswegen nicht wegschmeißen weil der sonst noch wunderbar ist nix kaputt und sonst wie aber um es jetzt mal zu verraten ich habe inzwischen einen zweiten moment dazu kommen wir gleich noch so jetzt wollte ich noch zwei sachen anmerken erstens dieser lustige verstellknoten hier ist jetzt gar kein verstellknoten es gibt einen speziellen verstellknoten mit dem man dieses hutband betreiben kann das zeige ich euch auch noch und zweitens was kann man jetzt mit dieser wunderbaren innentasche anfangen und drittens was hat es mit meinem lustigen paracord band was ich hier drum habe wobei sich jedes mal einer beschwert wenn das mal ausnahmsweise nicht um den hut ist genau auf sich ich hatte das schon mal vorgestellt wichtig ist schon mal zu sagen wer sich ein paracord band um den hut macht der muss damit leben das ist nach einer gewissen zeit ungefähr eine solche farb intensität besitzt das klingt jetzt nicht schlimm möchte man sagen aber wenn man es mal umdreht sieht man das war mal braun braun schwarz paracord ist nicht uv stabil und wenn man das regelmäßig am hut hat dann ist so ein band würde ich sagen dass spätestens im halben jahr in einer sehr ausgebleichten farbgebung noch vorhanden wenn man dann wie ich noch ein haufen kram am band hat kann man es auch nicht beliebig umdrehen weil dann der kram falsch rum dran ist man das zum teil nur nur bedingt andersrum festmachen kann also hier ging es jetzt das könnte man schon machen nur die andere seite die kann man halt nicht abmachen ohne das band auf zu knüpfen um mal neu zu knüpfen und wenn man es noch mal neu knüpft dann funktioniert das auch nicht mehr weil dann nicht eben die eine seite noch farb intensiv ist und die andere seite nicht mehr farb intensiv sondern dass dann so ein wildes tohuwabohu ist man kriegt dann also automatisch camouflage sozusagen paracord auch wenn man das gar nicht verwendet hat man braucht ungefähr circa sechs bis acht meter paracord für so ein band das einem um den hut geht zumindest bei meiner hutgröße und ich sage das deswegen so vorsichtig weil es kommt darauf an wie eng man das halt eben knüpfen möchte wie groß die schnalle ist die man hier am ende verbauen will wie viel zusatzfunktion man da noch drin haben möchte und so weiter so meine survival spezial schnalle hier hat in eingebauten feierstil das ist ja dieses ding dieser das da ist ein feierstil das teil in der mitte und moment und hat ein kompass der funktioniert nicht wirklich ich habe noch keinen zuverlässigen knopf kompass gefunden der wirklich 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 zuverlässig wäre das ist jetzt eigentlich derzeit nur noch ein dekoelement und sie kann pfeifen will ich jetzt nicht laut machen aber es geht schon und als alleinstellungsmerkmal das hat niemand anders an seinem hut ja ihr könnt meinen hut so viel kopieren wie ihr wollt dieses ding habe nur ich denn das ist die moment ja autofokus ist schwierig weil er versucht auf meine hände scharf zu stellen dieses ding ist die anstecknadel der studienfakultät für forstwissenschaft und ressourcenmanagement der technischen universität münchen in silber in gold müsstest du noch promovieren habe ich leider nicht deswegen nur in silber aber immerhin ne und die habe ich da einfach jetzt reingesteckt sie erfüllt auch noch von zur weifel funktionen weil sie eine nadel ist aber ja ja ich habe lange überlegt was mache ich mit dieser blöden anstecknadel was hat dieser blöden ich habe sie persönlich schon ganz gerne und da ich immer noch eine gewisse liebe zu meiner alma mater empfinde laufe ich auch sehr sehr gerne mit der entsprechenden anstecknadel rum weiß natürlich außer mir keiner was die bedeutet und diejenigen die das damals im video schon mal gesehen haben habe ich schon mal erzählt behauptet sie ist für mein weit wissen verantwortlich dass nur im hut gehalten wird weil diese anstecknadel drin ist aber ja ich habe sie gern ich habe sie gern und sie hat auch noch nicht gelitten und da ich sowieso nicht weiß wohin sonst mit dem ding wird sie auch weiterhin in irgendeiner form am hut befestigt bleiben so ja das sind so die wesentlichen funktionen natürlich ist das dann auch ein paracord armband allerdings dauert es ewig bis man das aufgeknüpft hat wenn man also meint man hat damit schnell mal eben schnur verfügbar das geht wirklich ewig da kannst du eine halbe stunde investieren bis du das komplette ding auf hast aber dann hast du auch wirklich reichlich schnur das ist schon so theoretisch lässt sich also mit so einer schnalle auch feuer machen da muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen theoretisch weil diese striker ching die in diesen schnallen drin sind die gibt es in scheiße bestenfalls und geht so ich habe hier jetzt das modell ich glaube das war der geht so ja fühlt sich nach dem geht so an hier ist das modell scheiße mit dem modell scheiße kann man es mehr oder weniger wirklich vergessen auch nur irgendwelche funken hinzukriegen das ist einfach glückssache die kosten nicht viel diese schnallen aber du musst aber dusel haben dass das einigermaßen angeschliffen ist wenn man sich mit metallbearbeitung ausgehen kann man sich selber scharf machen ich weiß es nicht mit dem schnallstweiger hier hingegen geht das schon ist auch mühsam aber geht und nur fürs protokoll man kann sich dann mit so einem teil wenn man das mal wirklich ein bisschen geübt hat also es ist nicht nur spielzeug es ist primär spielzeug das ist es aber es ist auch nicht unmöglich mit dem zeug mit dem zeug was ganz einfach entzündbares anzuzünden zum beispiel so ein wattebeutlein würde ich jetzt behaupten wollen das geht schon es ist immer noch mühsam und man braucht ein paar versuche aber wie man sieht gehen tut es nicht unmöglich ich würde jetzt mal sagen 50 prozent spielzeug 50 prozent wenn man wirklich gar nichts anderes zum feuer machen hat schon eine echte notoption also nicht völliger quatsch allerdings braucht man einen hervorragenden zünder der sich super super leicht anzünden lässt jetzt ist es auch so dass diese teile hier noch mal so ein so die gibt es in verschiedenen modellen auf dem markt die haben hier noch mal so eine vertiefung da will die kamera wieder nicht darauf scharf stellen jetzt und die kann man je nach modell mal mehr mal weniger leichter rausfremeln ich habe hier irgendwo eins hatte ich schon mal abgemacht genau und dann kommt da so ein hohlraum drunter zum vorschein und in dem kann man sich dann ein bisschen watte verpacken ja muss ich auch jetzt nicht vormachen wenn man die vor noch mit weißen trinkt tränkt oder mit irgendwas anderem lustigen brennbaren wie so ein brenn gel dann hat man dann sehr guten zünder auch gleichzeitig noch am hut dabei leider wird er halt nass wenn es regnet deswegen muss man ihn sehr 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 intensiv mit vaseline tränken sonst ist er danach unbrauchbar wobei andererseits man kann so eine watte auch wieder trocknen dann ist die auch wieder brennbar also muss jeder selber wissen wer das machen möchte oder ein zünder noch irgendwo anders mitnehmen oder halt wirklich so lange üben mit mehreren dieser schnallen weil man kann den feierstil auch nicht austauschen die schnalle wohl aber den feierstil an sich nicht so lange üben bis man es damit auch schafft birkenrinde oder sonst was anzuzünden ja das ist auch noch mal eine option das sind dann die funktionen dieser schnalle wie gesagt wenn man einen funktionierenden knopfkompass findet kann man sich den da drauf kleben und es gibt auch schnallen da ist ja schon integriert aber die werden dann sehr sehr wuchtig deswegen hatte ich das lieber so dass ich mir einfach drauf geklebt habe mit heißkleber pistolenkleber ne ich glaube sekundenkleber war es ich weiß es nicht und 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 das geht dann auch nur abgesehen davon dass der kompass nicht funktioniert solange wie er funktioniert hat man aber ein kompass wenn er das gefällt tut es ist halt immer sehr fragwürdig gut da wir jetzt hier gerade dabei sind solche lustigen spielsachen zu besprechen was kann man denn in das geheimfach seines hutes noch so rein tun ich hätte ein paar ideen zum beispiel man kann sich rein tun zwirren zwirren ist sehr dünne schnur gut geeignet man kann natürlich auch die nehmaseil nehmen irgendwie so was und den dreht hier so eine lustige outdoor schnur das stört auch nicht groß im hut man muss sich immer überlegen packe ich das fach wirklich voll dann geht es mir auf den keks kann garantieren es fühlt sich dann wirklich beim tragen des hutes ein bisschen komisch an wenn man sich allzu viel zeug in das fach packt man sollte es also wirklich auf einige sehr wenige sehr kleine und vor allen dingen flache oder so eine wurst vorn und hinten das geht auch noch ganz gut das trägt sich auch trägt man auch nicht groß dass das spürt man auch kaum weil sich das auch anpasst entsprechend in die richtung des hutdeckels aber zum beispiel ich habe mal überlegt ob ich mir das ding da rein klatsche ja das ist relativ dick wie man hier sehen kann keine chance das ist elends unbequem davon abgesehen dass die funktion von den dingen hält sich auch in grenze wie nützlich das ist ja wäre wirklich blot spielzeug gewesen das nützlichste daran ist noch dieser dorn mit der lupe habe ich noch nie irgendwas anzünden können und die anderen sachen das theoretisch noch so eine klinge dran die ist auch stumpf wie sau da ist dann jede andere möglichkeit eine klinge mitzunehmen tendenziell etwas schärfer ja aber das wäre das wäre schon viel zu klobig das wiegt auch zu viel man kann da höchstens würde ich jetzt sagen so maximal 15 gramm in den hutdeckel reinpacken sonst wird es auch wieder unbequem was ganz gut geht sind knicklichter insbesondere wenn man sie aus der packung noch rausnimmt dann halten sie vielleicht nicht so lange aber gut die sind ja nicht teuer solche kleinen popel knicklichter das geht ganz gut die sind aber auch vergleichsweise nutzlos vergleichsweise nicht völlig ich weiß es kommen wieder irgendwelche leute die das in die kommentare schreiten aber es hält sich in grenzen also überleben und tod haben bei mir noch nie ein knicklicht entschieden praktisch hingegen finde ich ein stück schlauch das ist gerade ein kleines stück schlauch damit kann man zum beispiel eine pfütze austrinken die man anderweitig gar nicht austrinken kann man findet auch gerne mal in irgendwelchen baumast löchern noch wasser was da noch steht das ist auch oft trinkbar weil es halt regenwasser ist kann ein paar tage alt sonst wäre schon verdunstet ist nicht lecker aber kann man mit so einem röhrchen dann tatsächlich ausschlürfen kommt dann so ein bisschen an sicheres trinkwasser vielleicht eine der cooleren optionen davon abgesehen man kann die natürlich auch mikrobohrtabletten in den hut schmeißen die wiegen die sind ja gar nicht groß die die sind quasi fast nicht existent das geht auch noch sehr gut also zur wasseraufbereitung bräuchten halt noch irgendein gefäß um das wasser rein macht streichholz ist selbstverständlich eine option so ein streichholzbriefchen ein ticken zu dick andererseits man kann es noch ein bisschen platter pressen und dann geht es eigentlich dann sind bloß noch die zundköpfe das was ein bissel ab steht wie gut jetzt natürlich diese ollen kartonstreichhölzer sind insbesondere so billige die eine scheiß reibefläche haben das kann man jetzt lange diskutieren ja es gibt irgendwelche spezialtechniken wie man sowas trotzdem gut anreißen kann lasst mir in ruhe ist es ja nun so eine idee ja weil sie auch schon mal hatte war diese speerspitze ich sag's ja nur ohne weiteren kommentar ganz cool und wahrscheinlich somit eins der zwei nützlichsten sachen die man sich in den hut machen kann ist so ein kreditkartenmesser weil das wiegt die beschriebenen 15 gramm ist noch dünn genug dass man es fast nicht spürt ist auch relativ wasserfest und im prinzip ist das eine messerklinge in einer plastikkreditkarte dass man dann habe ich auch schon mal woanders vorgezeigt dass man dann so entsprechend zusammenbauen kann moment so nicht doch und dann das darüber das da festmachen da sind dann so nopsel ist dran und dann macht man das noch da fest und dann dann hat man im grunde ein kleines messerchen wirklich dabei jetzt keine wunder von dem teil erwarten das ist schon relativ scharf damit kann man auch ganz gut zum beispiel tatsächlich eine wurst schneiden currywurst die einen noch nicht currywurst stückchen mäßig genug ist habe ich schon gemacht sonst irgendwie ein wienerle schneiden wenn man sein wienerle lieber schneidet als abbeißt solche sachen funktioniert problemlos wirklich schnitzen sehr weiches holz naja eine spitze kriegst du dran an ast aber viel mehr auch nicht ja also darf man nicht darf man nicht überbewerten inwieweit das hilfreich sein könnte zur selbstverteidigung macht euch nicht lächerlich ein spiegel hat ja auch mal drin habe ich dann auch bald wieder wieder nicht mehr drin gehabt dann hatte ich auch mal generell einfach noch ein bisschen zunderwatte dabei in der tüte das ging ganz gut war aber auch nicht notwendig und ich hatte mal überlegt ob ich mir einfach ein einzelnes ich will die jetzt nicht aufmachen weil die noch eingeschweißt sind so eine einfache drinnen ja wundschnell verschluss bandage da rein mache die mit so einem antisept antihämos hemostatischen zeugs eingeschmiert ist damit es dann halt eben gegebenenfalls wenn frau mal wieder einen unfall hat und frau am bluten ist was gibt was ich dann bei frau auf wunde drücken kann damit mir frau nicht allzu schnell verblutet weil frau neigt dazu mehr zu bluten als andere vorsichtig ausgedrückt ja normalerweise von normalen menschen würde jetzt nicht sagen dass man unbedingt verbands dingens im hut mit sich rum tragen muss aber da denke ich gerade ernsthaft darüber nach ob ich das nicht mal wieder rein packe werden wir sehen ist auch nur meine entscheidung also braucht mir ist da keine tipps geben oder sonst wie das war nur so als genereller überblick weil es soll ja das xxl hut liebe video werden so und damit wären wir natürlich noch mehr sachen die man sich in den hut packen kann auch pflaster oder sowas wären wir an dem punkt angekommen wo ich beichten muss dass ich jetzt halt für die stadt für den alltag für die zivilisation und ja er ist noch etwas rum für dich einen neuen hut habe und zwar das hier ist ja der t3 standard der seit ewigkeiten gefühlt so lange gibt es den noch gar nicht aber der halt schon lange so produziert wird jetzt mal ohne hutband zum vergleich und da da ist der sogenannte t3 wanderer also wanderer geschrieben nicht weil der unbedingt besser zum wandern geeignet ist sondern weil der schon im used look ausgeliefert wird das heißt den haben sie in irgendeiner form so gewaschen dass er schon ein bisschen gebraucht aussieht und das war mir wichtig weil ich nachdem ich jetzt so viele jahre mit dem hut rum gelaufen bin und wenn ich mir jetzt einen ganz neuen gekauft hätte der total neue aussieht dann hätte ich mir komisch vorgekommen deshalb fand ich das mit dem used look eigentlich ganz cool weil man dann den gebrauchten hut aufhaben die gebrauchte hut aufhaben optik einfach beibehalten kann obwohl man einen neuen fleckfreien hut auf hat und der sitzen ticken tiefer jetzt gefühlt das sieht auch der sieht auch immer so hoch aus wenn man nicht die schnur dran hat einmal ganz schnell vor das ist ein ganz ganz deutlicher unterschied gerade was die was die optik vom hut angeht wenn die schnur drum ist sieht der hut deutlich weniger hoch aus als das halt eben der fall ist wenn man die schnur nicht drum hat so und die krempe ist gefühlt das ist auch so ein unterschied gefühlt einen hauch weniger steif als bei dem hier da ist sie jetzt auch nicht direkt richtig steif aber hier ist die gefühlt noch einen hauch leichtgängiger das heißt man kann sie man kann sie aber auch was auch neu ist sie hat so eine gewisse spannung das heißt die hängt entweder so oder so das habe ich bei dem auch nicht diese also vielleicht war die mal drin die spannung und ist inzwischen raus vielleicht ganz praktisch mal also stören tut es mich nicht generell ist er mir ein tick zufaltig hier in dieser in dem bereich ich bin mir aber ziemlich sicher dass ich da noch ein bisschen was von den falten einfach raus pressen nach dem ersten waschen und schön glatt ziehen bisschen die faltigkeit einen hauch reduzieren kann weil wie man hier aussieht also bei aller bei aller verfärbung das gewebe an sich ist doch noch mal deutlich glatter ja also man hat sich keine mühe gemacht hier mordsmäßig falten rein zu hauen das sieht einfach glatter aus und jetzt ist noch eine frage es gibt bestimmt auch leute die das genau so haben wollen das ist auch ein design element und ist sicherlich auch so gewollt und ich finde es gerade beim so seitlichen betrachten des hutes eigentlich ganz cool aber von meinem geschmack ist es ein hauch zu viel also ich werde das versuchen noch ein bisschen rauszukriegen die wiegen in etwa gleich viel die materialstärke sollte ungefähr auch gleich sein aber der hier fühlt sich gefühlt ein bisschen leichter an und er ist ein hauch größer das heißt ich habe generell ein klein bisschen mehr platz drunter ein kleines bisschen mehr luft einfach unterm hut damit die belüftung etwas besser ist und ich diesmal nicht ganz so schnell schwitze so und dann gibt es noch eine andere kleine besonderheit das gucken wir uns meine detail ansicht an ihr erinnert euch an meinem problem mit den messing knöpfen hier sieht man übrigens zum teil aus oder ist unsere leichte abnutzung spuren drin also so leichte schleif spuren weil man das wahrscheinlich stone stone wursch heißt das glaube ich dass man da eben entsprechend mit gemacht hat das finde ich aber gesagt ganz hübsch da sieht er wirklich so aus als wäre er schon eine weile gewandert also ein weit gereister hut so quasi von der optik auch wenn das nicht der fall ist abgesehen davon dass aus großbritannien geliefert wird ja aber was ich cool finde man hat jetzt hier auf diese messing teile verzichtet die halt eben so lustig oxidieren können und hat stattdessen also vielleicht ist es auch messing kann gut sein aber man hat es zumindest lackiert und damit sollte dieses oxidationsproblem bei den schwarzen schwarzen teilen hier gelöst sein hoffe ich ja und das war auch noch mal so ein entscheidungs im grund die kosten übrigens gleich viel geld der wanderer und der normale auch noch mal so ein grund weshalb ich gedacht habe nimmst du vielleicht doch lieber den wanderer weil ja dann hast du das problem mit dieser ollen grünen oxid geschichte nicht mehr auch hier ist wieder so ein so ein so ein so ein plastik drin und was mir auch noch aufgefallen ist das stört mich auch nicht groß aber das sieht man eh nicht hinter meinen diversen hut bändern vielleicht meint mir da auch noch mal anderes aber der hier hat jetzt ein logo ja also das ist auch plus minus neu der alte hat nämlich überhaupt keins da muss man schon innen reingucken auf das label was innen drin ist sonst erfährt man nicht dass es sich hierbei um tiddy hat handelt der hat hier so ein ganz kleines aber ich finde das ist dezent genug auch gerade bei der farbe hebt sich kaum ab ist aus leder und verschwindet also relativ gut auch hier hinterm hinterm band und dann stört es mich auch nicht ich fand das eigentlich beim alten hut besser dass man einfach keine werbung für irgendeine firma gemacht hat weil einfach kein markensymbol drauf gewesen ist und jetzt ist halt doch ein star außerdem ist innen drin deutlich weniger etikett ja das ist ja jetzt nicht schlimm das stört jetzt nicht wirklich der ist immer noch made in kanada da steht immer noch guaranteed for life drin uv gedöns 50 plus steht noch drin und das war es dann aber auch und das ist ein tilly authentique authentique meine versuche französisch zu sprechen ist außerdem 100 prozent cotton exclusive of trim machine wash or hand wash warm reshape air dry das ist die waschanleitung die ist inzwischen wirklich super kurz und passt auf dieses kleine zettelchen und damals hattest du hier handcrafted was das denn für ein wort kenne ich gar nicht egal ich sehe so selten das innere meines gutes machine wash or hand wash cool water wash frequently to ensure sweat will not permanently discolor fabric ja danke ich hab's gelernt ich hab's ja jetzt begriffen reshape air dry denn we stretch over knee ja also das heißt man zieht sich den quasi übers knie und sieht ihn lang damit dann wieder die gleiche form hat wie vorher auch und all diese schönen tipps die fehlen hier jetzt mehr oder weniger jetzt hat er bloß noch reshape and air dry dastehen und machine wash or hand wash warm ja das ist ein bisschen kürzer ach da drüben geht es noch weiter nee das ist einfach noch französisch ja das finde ich ein bisschen schade das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade ansonsten verarbeitung wieder tipptopp kann man wirklich nirgendwo meckern habe jetzt nichts gefunden was mich in irgendeiner form davon überzeugen könnte dass das anders ist als bei dem exemplar ja die sind auch farblich ein bisschen unterschiedlich also selbst da wo er kaum verfärbungen hat sieht man es ist noch ein bisschen eine andere farbe der hier ist noch ein ticken oliver als der da könnte auch damit zusammenhängen dass da halt so viel gewaschen ist vor gewaschen vielleicht weiß ich nicht schweißband ist auch wieder drin ist jetzt wieder sauber das hier ist das original hutband das im anderen auch mal drin war der hat hier zwei sogenannte siemens knoten sie man not das ist ein stinknormaler standard knoten wirklich nichts besonderes und wenn du davon zwei an den gleichen band macht dann kannst du da logischerweise dann auch die enge vom hutband damit verstellen dass ich diese knoten hin und her schieben lassen also ganz simpel das ist jetzt nicht weiter kein besonderes hexenwerk ja und das wäre dann halt jetzt mein neuer hut bevor also jetzt wenn ich den irgendwann mal auf habe unglaublich viele spekulationen losgehen oh mein gott dein hut sieht anders aus ich meine irgendwo finde ich es ja auch lustig und natürlich ist das ja auch mein markenzeichen mit so einem ollen hut rum zu rennen deswegen die reaktionen sind ja provoziert von mir das sehe ich ja ein ich will mich also nur zum teil beschweren schon mal im voraus aber es werden sicherlich einige leute nicht mitbekommen haben dass ich tatsächlich neuen neuen alten hut habe sozusagen für situationen in denen ich halt mal eine stadt will oder wo ich menschen begegne ich werde den hier aber trotz flecken mir doch egal weiterhin aufziehen wenn ich zum beispiel auf eine größere tour gehe da wäre schade drum weil dann muss ich den dann versau ich den ja auch das ist jetzt sozusagen mein ausgeh hut und das mein alltagshut und alltag meint nicht was mit leuten sondern was allein im wald und wenn es dann in die stadt geht so wie gleich zum beispiel dann werde ich jetzt in zukunft auch mal diesen hut dann aufziehen und er kriegt auch noch ein alternatives hutband das survival hutband soll schon am waldhut am standard alltagshut dran bleiben ich hatte auch überlegt ob ich mir da mal ein neues mache eben wegen der dauernden verfärbung durch die uv geschichte dass dann die farbe raus ist das ist jetzt insgesamt übrigens mein viertes hutband das ich je geknüpft habe aber ganz ehrlich zumal man den paracord nachdem man den aufgewickelt hat was ja wie gesagt sehr lange dauert auch nur begrenzt wieder verwenden kann man dann so blöd camouflage aussieht so und auch wenn die variante vom hut ja das ist ein bisschen ungewohnt ich weiß aber im grunde gefällt mir der auch ich brauche auch ein bisschen daran gewöhnt habe das ist wie mit einem tschuldigung schatz wie mit einer neuen geliebten das dauert auch und deswegen ja aber aber gefallen tut er mir auch und dass er etwas tiefer sitzt liegt jetzt einfach daran dass er halt etwas weiter ist und ich ihn der mir jetzt wirklich von der schwerkraft auf den maximale tiefe quasi runter gedrückt wird wenn ich ihn vorne nicht so weit in der stirn hängen haben dann muss ich ihn halt hinten ein bisschen weiter runter machen und dann geht das auch und dann habe ich noch ein bisschen mehr nackenprotektion ist auch nicht schlecht was mir auch noch aufgefallen ist die knöpfchen zum hochknöpfen die liegen etwas höher die sind bei dem hier noch ein stück stückchen weiter unten weshalb das hochknöpfen immer etwas mühsam gewesen ist wenn man da und die druckknöpfe erst suchen musste das sieht irgendwie gewöhnungsbedürftig aus gerade insbesondere das hutband nicht verwendet aber ja bei starken wind ist das schon ganz praktisch da habe ich das auch schon hin und wieder ganz gerne mal benutzt so das also in zukunft auch wenn ich versuche noch etwas etwas rumpfelfreier zu kriegen der alternativ hut nicht erschrecken ja fazit unzerstörbar ja unverfärbbar nein kaufempfehlung weiß ich nicht wenn euch das gerumpfel am wanderer hat nicht stört dann würde ich fast den wanderer hat empfehlen aber das ist jetzt nur der ersteindruck ich habe den erst zwei tage ja also deswegen zu dem kann ich fünf jahre sagen wie er sich verhalten hat bei dem hier gehe ich davon aus dass es mehr oder weniger dasselbe sein wird aber ich weiß es nicht mal prozentig deswegen aber in zukunft habe ich auch einen hut zum wechseln das heißt ich kann auch mehr hut waschen weil wenn ich hut wasche muss ich danach nicht zwingend automatisch mit einem nassen hut rumlaufen wenn ich vor die tür will sondern ich kann den waschen und den aufziehen und umgekehrt und das macht das leben doch erheblich einfacher und ja diese hüte sind teuer aber ich denke nach fünf jahren und wenn man den wirklich so intensiv genutzt hat kann man sich dann auch mal wirklich einen zweiten leisten und eines tages werde ich mir vielleicht auch noch mal einen dritten dann vielleicht sogar in einer anderen farbe entsprechend zulegen aber bis das soweit ist bin ich jetzt hoffentlich mit dem hier ganz zufrieden naja ist halt noch so neu es ist noch die liebe die sich in vielen jahren entwickelt hat ist noch nicht ganz so noch ist noch nicht ganz so vorhanden schon assi ne also wenn das jetzt wirklich eine geliebte wäre dann schmeißt man sie weg weil sie sich ein bisschen verfärbt hat böse macht's gut und damit habt ihr jetzt glaube ich das längste video das jemals über einen hut gedreht wurde gesehen könnte sein zumindest in deutscher sprache bin ich mir ziemlich sicher tschüss